FAUST INS GESICHT FAUST INS GESICHT FAUST INS GESICHT FAUST INS GESICHT Du musst das Testobjekt sein Das Mr. Sun so erwähnt hat Bitte fahr fort Und keine Sorge, um den Papierkram für die Versicherung kümmern wir uns nach dem Test. Sind das Stoff-Drucken? Ja. Oh Gott. Wenn du genau während des Angriffs eines Gegners parierst, wirfst du die Energie auf ihn zurück. Bleib im Takt, dann muss ich nicht rennen. Hast du schön gesagt. Probieren wir es. Sieh dir den Kleinen an, nur keine Sorge. Er sagt dir, wie oft er dich treffen wird. Zuerst sehen und hören wir das Timing. Dann bist du dran und parierst es zurück. Die Drohnen signalisieren das Timing-Feel an. Geflößte Teilen, unter und siehst ihr Timing über ihn erscheinen. Der Gegner schließt einen Angriff mit dem selben Timing an. Du weißt wann er beginnt. Wenn die beiden Kreise sich überlappen... So sollte das aussehen. Jetzt versuch's mal. Na los Baby! Denk dran. Pariere während der Angriffsphase, nachdem der Kreis erscheint. Hör auf den Rhythmus und wiederhole ihn mit der Parade. Ach, parieren mit E. Okay. Okay. Bist du grad weggetreten? Vielleicht, weiß nicht, ist auch egal. Guck mal. Präzisionstest initialisieren. Ich brauche mehr da. Nochmal. Es ist explodiert. Das sollte nicht. Das ist von mir. Versagen ist so peinlich, dass es sich selbst zerstört. Gleich nochmal. Alles gut? Wir wollen dich dran. Mein Präzisionscode war. Makellos. Offenbar nicht. Hey, Testobjekt. Gut gemacht. Dein Präsentkorb ist nebenan. Klingt nach einer Falle. Aber was denn da wirklich ein Präsentkorb ist? Oh, erzähl mal. Ein neuer Tag. Ein neues Chaos, das beseitigt werden will. Der Preis des Fortschritts, wie es scheint. Das ist schlecht für die Moral. Das wird niemandem gefallen. Komisch, dass niemand darauf Anspruch erhebt. Ich muss damit bis ganz nach oben. Wir brauchen größere Entsorgungsschächte. Die hier verstopfen so leicht. Jemand könnte darüber stolpern. Sich verletzen. Ich sehe die Klage fast vor mir. Hier ist zu viel Öl. Da hast du recht. Und das macht alles richtig rutschig. Aber ich kümmere mich darum. Ja. Dann enthecke es! Peppermint? Bist du das? Diesmal habe ich nichts gehackt. Wenn Sansa uns erwischt, wie wir etwas anderes als diesen Energy Drink trinken, wird er voll kirre. Schrei mich nicht an, Mann. Das ist meine einzige Pause, diesen Mund. Ich schreie mich nicht an, Mann. Er wird auf den Weg liegen. Ich habe ein Punkt gemacht. Ich schreie mich nicht an, Mann. Ich schreie mich nicht an, Mann. Ich schreie mich nicht an, Mann. Ich schreie mich nicht an. Tandemann. Äh, bewaffnet man mich. Okay. Oh, wow. Endlich meine Chance. Ich bin ganz aufgeregt. Was haben Sie wohl diesmal für mich auf Lager? Äh, keine Ahnung, ich fahre mal hier. Oh, Hallöchen. Hat man dir gesagt, dass ich mich um deine Versicherungspapiere kümmere? Ich mache sie gerade fertig. Bitte komm nach dem zweiten Test wieder. Äh, ich glaube nicht. Und wofür genau kann man sich hier anstellen? Was willst du denn schon wieder? Oh, hallo Freund. Ich werde im Übungsraum gebraucht. Wie aufregend. Wenn ich du wäre, würde ich einen Weg hier raussuchen. Unsinn. Egal. Offenbar hast du eine neue Fähigkeit. Du nennst sie, glaube ich, Parade. Ach, Parade, Charade. Jetzt fängt es an, Spaß zu machen und schwer zu sein. Parieren ist entscheidend, um im Kampf zu bleiben. Du kannst Angriffe zurückschlagen und deine Rhythmusanzeige beim Angreifen aufladen. Okay. Aber die Parade erfordert genaues Timing. Du musst die Tacht im Takt drücken, damit sie funktioniert. Ja. Das muss ich wohl üben. Hättest du einen Übungsraum im Unterschlupf, wäre der sicher gut dafür geeignet. Aber scheu dich nicht, ab und an zu versagen. Warte, meine letzte Folge war so, dass du da zum Takt nachher gehst. Bitte, tritt in die Mitte des Raumes für dein Geschenk. Drauf reingefallen. Dieses Objekt ist so dumm. Sehr aufmerksam, Sanson. Diese Laser Drohnen sind Kossikers Design. Aber niemand pusht mir in meine Experimente. Du gibst einen guten Sandzack für meine Babys ab. Normale Gegner zeigen ihre Angriffe nicht an. Aber sie können pariert werden. Genau dann, wenn ihr Angriff trifft. Daraufhören wir Gegner an den Rauchen. Alle Gegner greifen den Takt an. Hast du die Takt nicht? Habt nicht! Genau nach Plan! Defekt! Jagt die hier hoch und schickt neue rein. Einige Angriffe treffen. Oh. Ein 10-jähriger Erfolg zu verankert ist ein total schneller Knacken als Angriffe für mich. Angriff haben jedoch Treffer-Angriffe, die mir Paraden erfordern. Super-Chype! Ich bin tatsächlich beeindruckt. Jetzt will ich wissen, wie weit das geht. Ich hab einfach nur den Takt. Nichts, dass ich mitmachen kann. Aber wir kriegen die Tür nicht zu. Vielleicht sollten wir den Hacker finden und ihm deinen Job geben. Äh, Chai? Ich hab grad ne Mail bekommen. Nutzt die Nebenroute. Was ist denn hier los? Zum ersten Mal bin ich genauso verwirrt wie du. Was ist denn die dritte zum Beispiel? Oh. Hey! いく-Date! Hey! 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 Okay, kann man halt noch annehmen. Ich bin hier, um das Chaos zu beseitigen, aber es ist so unterhaltsam. Guck mal, wie ich versuch rauszukommen. So ein schlichtes Gemüt. Oh. Oh. Überlebe, ich meine, ein Testobjekt? Es ist ziemlich lange her, seit wir jemanden in Kammer 3 gesehen haben. Okay. Okay. Ja! 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 Konzentriert schlägst du dich gut. Aber wie wär's mit nem echten Knaller? Das hier ist alles sehr teuer, Sir. Sollen wir... Ich will es! Also tu es! Ja! 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 Na! Ja! 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 Auch das! Wieso gewinnen wir nicht? Weil du ständig alles änderst. Ach, mehr Gegner. Eigentlich sind es keine Gegner, aber sie sind von uns herausgekommen. Klappen! 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 Was ist das? Schick die Brutalo rein! Wir haben hier noch keine Feldversu... Das hier ist der Feldversuch! Das ist ein neuer! Und er hat ein cooles Geheimnis! Einige Gegner verfügen immer noch stärker Beton. Das hier ist der Feldversuch! Wer hat mir das erzählt? Nee, hab ich nicht. Schieß los. Rasende Gegner ziehen dich in einen Angriff, der nur pariert werden kann. Achte aufs Timing und pariere, um sie mit einem Treffer auszuscheiden. Ja. Hör doch, was sagen wir? Pariere mit irgendeinem Nimmstück. Das ist gar nicht. Also schön, genug Tests. Du hast meinen Respekt verdient, wer du auch bist. Wir haben echt ein paar gute Daten. Ist das alles, was euch Programmierer kümmert? Raus hier, wir sind fertig. Ich weiß nicht wie, aber du hast es überlebt. Wenn mich das nicht ins Labor bringt, steige ich aus. Ja, aber ich frag mich trotzdem, wer hat uns bei all dem Hacken geholfen? Das hat sich nicht nach Hilfe angefühlt. Eher nach einem Streich gegen Sansow. Yeah, he's survived. Wow. Jemand hat überlebt. Tja, mein Werk hier ist getan. Danke Lucille. Ja, gut. 1581. 1081. 2081. 1281. 1581. 1381. 1387. 2082. 1284. 2080. 2185. 2185. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein.